Alapis, Alter! Ja, geht doch! Alter, wie geil! Hey, wir finden mal Sachen! Ich bin geflasht! Hey und herzlich willkommen zur dritten Folge von... Minecraft Bugner! Hallo! Ja, dann... Auf jeden Fall! 3... 2... 1... Jetzt müssen wir uns einmal zusammenfinden, oder nicht? Ja, ich... Aber geh, Dias finden! Ja, Dias finden! Ja, stimmt, ey! Du wirst zusammenfinden, sie geht ja drüben! Hey, Dias! Wo? Ich komm von da, wo du bist! Ich hab mich da reingebaut und baue gerade ab, alles neben mir! Und das sind einfach Dinos! Das sind Dias da! Geil, ey, ey! So, jetzt kann man langsam langsam bewegen auch schon! Alter, nice! Sogar größere, aber! Ja! Ey, auch Dias guck ich! Ich kenn schon Dias Brust nennen! Ja, Bist, Maric! Ja, ey! Ich bin jetzt auch vor 4er, Papa schon! Ja, gut! Ich war unbedingt ein Glückverzauber, weil wir hätten schon das volle Armin! Na gut! Wir werden schon in der Nähe da Level Sparmer machen! Ey, und da ist ein bisschen lang da! Da auch, ja! Silberfische an der Top! Gucke! Wo bist du halt? Ich bin da links! Wo waren jetzt die Dias? Ja, ich bin genau auf mir! Ja, die Dias waren da drinnen! Ja! Ja! Bei den nächsten Dias Verzauert sie, macht sie Software Nei! Äh, Ironspielsacken Wie seht Lack aus! Ich kenn's am Echtfass zu machen! Mhm! Warst du da drüben schon? Nein, da oben war ich noch! Warte, langsam kann ich mehr Essen nehmen! Nur Lack! 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 Noch mehr Arron! Ich brauche Arron haben wir dann schon eingetragen! Ich mag es schon! Nein, wir brauchen noch Ambos! Ja! Aber guck, ich würde da einiges noch Eisen wieder auf! Eizen! Ja, dann geht der Ambos langsam auf! Arza Spots brauchen, muss eigentlich jeder noch abbauen, dann haben wir genug Eisen! Okay, cool! Ist natürlich immer cool! Ja! 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 Ich bin jetzt auch... Ich weiß nicht, wie der warst du! Ja, was der Schaden nicht gesneed aufhaut, schau dir mal vor! Ist ja noch gut, wie meinst du? Ja, aber man guckt, wie man den Namen sieht! Das ist immer praktisch! Ja! 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 Ich bin schon Level 10! Ja! 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 Ich kann da 15 Eis anbieten und Öfen, wir kommen auch immer wieder Puken, gell? Ah, dann stimmt. Ähm, machen wir einen kurzen Blatt. Zack, zack. Hau rein, was du hast. Cool. So. Tust du gut auch, Mowerbock? Ja, hab ich schon, ich glaube, ich weiß nicht. Ich muss ja mal wieder Ethan, finde ich. Nein. Ich glaube, ich habe schon wieder so vieles gibt es ja nicht, oder? Ja, ja, ja. Guck, geht auch gleich in den nächsten. Wie ist es? Ah, Eisen, das sollte ich komplett aus. Ja. So, so. Nice. Eigentlich fahren wir nicht mehr Eisen, aber wenn du schon vor der Haustel legst. Ja. Das sagt mir nicht nachher. Ja. Kriegt man Levels, wenn wir Eisen? Ja, schon. Okay, gute Idee gewesen. Ups. Ich baue auch mal gerade aus, damit wir uns dann nicht die ganze Zeit über den Weg laufen. Ich bin schon wieder, Alter. Und Emerald. Und Emerald. Alter, wir sind ja. Ja. Hätten wir die jetzt statt Emeralds noch Dias angefunden. Normalerweise sind wir dort 10 mal öffnen. Ich gucke, wir gehen einfach oben auf, gehen durch ein Village, ein Dorf und trainen einfach alles, was man so trainen kann. Nein, das ist einfach. Wir gehen einfach oben, falls uns wieder ein Ding ist. Nein, das ist einfach. Der je aus. Ja, das ist wirst du Wasser braucht, oder hast du schon Wasser? Ja. Ich habe schon Wasser. Sehr nice. Noch mehr 1 und 8 Der Bergauf ist ja schlecht Die ist, die ist, die ist, die ist Alex, wirklich mal entspannen, wir müssen unbedingt Glücks bezahlen Machen wir weiter, ich komm zurück Schauen wir mal Potschlingel, wer am besten Lapis kommt Ah ja, fuck, wir haben Kalapis Ah ja, LOL, wir haben kein Lapis, aber die ist Einen haben wir Auch, dass wir da neben einander hin waren Keine Ahnung Was gibt es denn zum Kalapis finden? Achso, mit 1 geht es noch? Ja, bin mir nicht sicher Eigentlich habe ich schon alles durchgeschaut Ja, die Lever 1 zu zahlen geht mit Lapis Ja, nein, da haben wir uns 3 Spitzhacke gemacht Ja, so viel Hätte der Hulz Spitzhacke, Hulz, Wer, Hulz, irgendwas Genau Also äh Ranger Verzauern muss schon Spielzeiten Und? Ja Da haben wir auch ja Wir schauen uns daher wahrscheinlich Ja, das dann nehmen wahrscheinlich Das ist wie der Emerald und das Ich bin ja Ja, Lapis wäre mal gut Aber du musst dir mal irgendwas anderes verzauern Als es als Spitzhacke verzauerst Da kannst du dich mit ihm verzauern Ja Blau Ballon geht es wo? Das habe ich schon gewusst machen Die könnten einmal einen Ambus bauen Damit man einen Ambus mal durchschleppt Ja, geht alles Jetzt verzauern wir mal eine Schaufel Eine Iron Schaufel Oder eine Schaufel Oder eine Schaufel Oder, das brauchen wir später noch Ich hoffe auch, dann kann ich nichts mehr verzauern, aber ich muss etwas verzauern. Ja, dann haben alle anderen resettled. Jetzt schauen wir mal, ob Luck aufgegangen ist. Okay, das zeigt ihm. Ich bin egal. Der Schasse überfischt er. Der Echtmiss? Vielleicht sind wir in der falschen Version. Und immer mal wieder alles mitnehmen, dass wir da wieder alles verstrahlen wie so eine... Goldmesser. Eigentlich finde ich kein Lappes. Ja... Ja, warum macht die Echt? Ja, überhaupt. Ich mache mal ein... Ähm... Wir haben genau 0 Eisen und eine Amboss Kugel. Also eigentlich machen wir... Höchstens wie wohl ein Monkey... ... und die Banke... ... tun ja... ... Eisenschwert mit Feieraspekt machen. Mit Feuer, ne? Mit Feuer, ne? Ein Diamantenschwert kann kein Feuer haben. Ohne Buch zumindest. Deshalb du einen saufbrille Feieraspekt auf... Halt noch dunkel. Da schlankst du mich auch mit der Iron... ... und dann mit dir. So? Sowas, ja. Oder du hast... Ja, ich glaub dir mal aufzusetzen. Und alles zu schaffen. Na, hab ich geschaffen. Hey, das kann nicht so lange sein. Ja, das kann nicht so lange sein. Ja, Licht war nicht so fast. Das war für alles ja nichts. Es war für alles ja nichts. Es hat gesagt für alles. Ja, zuzer Zeit sind wir ja leer offen so. Rex, komm mal kurz raus. Ja. Lapis, 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 wo bist du denn? Ich höre auch, dass du uns gefunden hast. Wir haben uns schon verzaugen. Wir müssen mal schauen, was für eine Höhe Lapis ist. Lapis, ja. Schau mal, Philipp. Ja, aber wir brauchen zum Verzauern noch mehr Lapis. Nein, wenn du noch nie Lapis-Probleme kommst. Ich bin gerade am Lack googeln. Ja, da schau ich. Lapis. 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 Ups, hab sie zu mich denken, wenn du jetzt? Ja. Richtig, Mann. Ich kann auch bei Dwarf die Wohner gekauft werden. Uh, das gönnen wir uns. Ich muss wieder was machen, weil ich kann es nicht mehr. Na, ich hab's verletzt. Hm? Ich hab's verletzt gefunden. Ich hab's verletzt gefunden. Ja, ich schau kurz rein, irgendwas ist. Kann ich ran? Ja. Sury, fuck und craften, aber dann hab ich keine Sticks mehr. Kein Holz mehr, Manni. Ich glaub nur 2, als wenn es gut geht. Ja, dann glaubt ihr mal bei Fakon. Ist irgendwie schon gemütlicher. Am Sule überhaupt die ganze Zeit mit DIAHK Top-Bahn-Süge, gell? Hey, war Hülle am Kommen? Ja, war eben so, dass du noch mindestens 9 Obsidian machen kannst. Ah, wir dürfen, glaub ich. Zweites Hüllen würde auch machen. Alapis, Alter! Ja, geht so. Alter, wie geil. Hey, wir finden mal Sachen. Ich bin geflasht. In der dritten Folge hab ich mit dem Steve Klein auch genau gar nichts gehabt. Ja. Noch mehr Alapis, Kuki. Nice. Ich hab's schon 27, als glaube ich. Ich glaub, sie ist hier noch gelassen. Ja. Ich hab's schon Alapis, oder, Kuki? Ja. Ja. Ja, ich glaub, dass wir eh zurückgehen und auch nicht müssen. Ja, das wär unnötig. Bald zurückgehen wir nicht mehr. Ja. Wo mehr Alapis, das heißt, wir machen gleich dabei. Ja. Ja, warum baue ich? Ja, oder geht's weiter? Ich bin jetzt gerade genau ganz wahnsinnig, ob du bist. Ja, aber du wusstest, oder? Ich baue das ganze Razzle und tue es nicht mehr ab, gell? Dir kommt dir, dir, dir. Ja. 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 Ja, warte, ich schau noch kurz, ob es weiter geht. Ja. 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 Ja, okay, komm zurück. Wo bist denn du? Wenn du zurückgehst, siehst du links einmal, also wenn du zurückgehst, links einmal ein Ding. Links, oder man... Linke seitens, ist ein Eingang. Ja, ich glaube, man kann ganz langen Strip eingangen. Ja. Und dann eben auch, ich bin eben halt. Mein Name ist, du willst du? Hey, es ist gut. Nice. Wir nehmen die aus, Leute. Wo bist denn du jetzt, weh? Emerald. Ja, warte. Da ist ein Emerald, oder? Da ist ein Emerald, oder? Ja, dann fass es doch nicht hinzu. Was ist dir, Alex? Du wirst nur froh sein, wenn du... Ach, du nur hast Lava drauf. Ja, schau, passen. Jo. Jo. Nur ist 30. Lol? Das sind... Echt, auch sind Lava. Du wirst gut, mein Lieber. 30 Sekunden sind wir schon wieder weg. Als ob noch ab... Gut gefloggt, oder? Und du wirst gut... Alex, kommst du? Ja, wir sind im Grunde nebeneinander. Ja, Sammel, ja. Ja, 20 Sekunden. Ja, 20 Sekunden. Ach, stellst du. Nichts mehr auf. Ja, da. Ich glaube, wir gehen mal. Ey, du bist ein Pelliker bei dir. Ja, du wissen mal. Na, na, na. Du willst ja nicht wissen. Ja, wir haben die Jus gefunden wieder. Mal sehr gut. Ja. Ja, wir haben uns neben uns die Jus ausgelockt. Das sind wirklich noch besser. Gerückt. Also schön vorgelegt für die anderen zum Abbau. Ja. Hemmerwald. Brauchen wir. Unbedingt. Ja. Wenn ihr euch die Runde gefahren habt, gebt einen Daumen hoch. Vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr nichts mehr verpassen wollt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss. CI ی реeraka. Komm, portate. No Lyme. Tän wir euch? Tän wir euch an das musical adultierte Leben im Ruth Thompson. Tän wir euch an? Ja, es ist ein Ali Corona. Hat die Celebrischi... Wenn du grafst bis jetzt? Als ich euch weiß, war mit Bitcoin bis zum nächsten Mal. Ich sour?? L这样 und mich will auch Coca bei 그게 пример ein bisschen. å sein muss.